Die Kirche von der Kirche Er unterstützt seine Jugendorganisation, das ist klar und richtig. Aber warum schreiben wir uns ab? Warum sind wir bereit, uns gegenseitig zu schlagen? Warum muss es so weit kommen? Es sind einige Gemeinden und müssen zusammenhalten, egal was passiert. Man kann das Ganze mit einer Fußball-Nationalmannschaft vergleichen. Unter dem Jahr spielen sie in verschiedenen Mannschaften, die untereinander jahrelange Rivalitäten haben. Doch dann, wenn es dort ankommt, spielen sie in der nationalen Mannschaften, zusammen auf einem Feld harmonieren, geben sich Pässe, spielen miteinander und freuen sich, wenn sie enttäuschen, zusammen als Team. Wir dürfen kurz unsere Rivalitäten untereinander nicht vergessen, dass wir eine Gemeinde sind und egal was passiert, immer zusammenhalten uns. We are one. Wir dürfen unsere Rivalitäten untereinander nicht vergessen, dass wir eine Gemeinde sind.